Main Match am Tag 5 der Radical Darts Thunder League. David Nachrainer trifft auf diesen Mann, auf Marco Jungwirth, der ein Leg schon mit 0 zu 1 führt. Ein Match, das vom Niveau her vielleicht ein bisschen hinterherhängt, denn wir waren natürlich jetzt schon andere Leistungen der Jugendlichen gewöhnt. Aber da muss man die Kirche einfach mal im Dorf lassen, das sind noch junge Herren, die noch viel trainieren müssen, die aber immer wieder schon ihr Potenzial ausschöpfen können, wie auch hier Marco Jungwirth beim Check. David Nachrainer dann 52 zum Abbauen über die Doppel 16 und das gelingt. Leg Nummer 1 für David Nachrainer, für den German Eagle aus Waffenbrunn in Bayern. Marco Jungwirth kann dann davonziehen, David Nachrainer hat Probleme an Tag 5 der Radical Darts Thunder League. Jungwirth zuvor gegen Fabian Stütz verloren, gegen den Tabellenführer bei der Jugend. Aber hier kann er befreit aufspielen, weil er einfach auch keinen Druck bekommt von David Nachrainer vom 12-Jährigen. Einmal die 20 auf Tops. Bisschen unter das Doppelsegment gesetzt, muss dann über die Doppel 10 und die gelingt nicht. Somit hat David die Chance auf das zweite Lag. Aber wie gesagt, es läuft nicht. Und Pfeil Nummer 3, der sitzt. Wir gratulieren Marco Jungwirth, er steht aktuell auf Rang 8 der Tabelle. David Nachrainer auf Position 4. Hier ist ein Buch. Vielen Dank.